hey leute was geht und ja heute gibt es wieder seit langem ein video ja der grund war ich ich weiß viel beschäftigt mit berufsschule und da habe ich mich aufs lernen konzentriert und da ist es nicht gegangen content für euch zu bringen und ja deswegen kommt heute so ein kleines weihnachts special und ja wir fangen jetzt einmal an ich habe heute für euch eine mini din und die werden wir jetzt auspacken darin enthalten sind in 24 trading cards eine lemon edition das ganze kostet 4,99 design ist wieder hammer von fifa 35 und ja leute ich bin froh dass ich jetzt wieder videos für euch bringen kann ich habe jetzt auch frei und da wird sicher wieder mehr videos kommen und ja hier haben wir die vier booster eine limited edition die zeige ich euch nachher im hintergrund dann haben wir das bvb logo dann haben wir hier rafael goreiro von portugal dann van de beck von ajax amsterdam lukas lima und bvb hier dann haben wir jodi alb auf die barcelona wenn ihr wollt leute dass ich noch vielleicht ein mehr ich habe überlegt dass ich mir prism hole und hier fernandes dann melindele vom man united de la crue dann bordeng von den ette bayern und zu die bayern muss ich was sagen unter unterfliegt den neuen trainer ist bayern wieder viel stärker und selbst sicher geworden vom vom tor müssen noch effizienter werden aber sonst klappt es schon richtig gut und wir sind jetzt auch schon auf platz drei wieder vorgedrungen und ja dahlia fico von ajax amsterdam und riem sterling von man city dann haben wir hier für liebe von atletico dann tut er sieben na sorry fernandeski heute dazu ausgeschaut von weiten und dann haben wir jano black von atletico madrid der keeper dann haben wir ariola der keeper von bg dann haben wir rabio von juve und rafael goreiro von bvb so dann haben wir benjamin bavard aus im back signing dann luis suarez von fc barcelona dann brato von riverblade dann xavi martinez otipka und schalke und armani von riverblade und unsere limit edition haben wir heute roberto femino von leverpool und ja leute das war es jetzt auch schon mit diesen kleinen ja adrenalin minitin und ja leute ich wünsche euch allen frohe weihnachten und ja genießt die zeit mit euren familien ihr wisst ja weihnachten ist die schönste zeit und ja dann sehen wir uns beim nächsten video dann hat er rein und ciao so